Bhagavad-Gita, wie sie ist. Vollständige Ausgabe mit originalen Sanskrit-Versen, lateinischen Transliterationen, deutschen Synonymen, Übersetzungen und ausführlichen Erklärungen. Seine göttliche Gnade AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Gründer Acharya der Internationalen Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein. Titel der Originalausgabe Bhagavad-Gita as it is Erste Auflage 1-25.000 Für Srila Baladeva Vidya Bhushyana, der uns den Govinda-Bhasya-Kommentar zur Vedanta-Philosophie gab. Am 487. Erscheinungstag, Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhus, in demütigster Erbietung, den Lotus-Händen, seiner göttlichen Gnade AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada übergeben. Shri Shri Radha Krishna Tempel, Hamburg, 8. März 1974 Vorwort Ursprünglich verfasste ich die Bhagavad-Gita, wie sie ist, in der Form, wie sie jetzt vorliegt. Als dieses Buch zum ersten Mal veröffentlicht wurde, war das Originalmanuskript unglücklicherweise auf weniger als 400 Seiten gekürzt worden, wobei auf die Illustrationen und Erklärungen zu den meisten der ursprünglichen Verse der Shri Madhagavad-Gita verzichtet werden musste. In all meinen anderen Büchern, Shri Madhagavatam, Shri Isopanishad und so weiter, habe ich folgendes Verfahren angewandt. Ich gebe den ursprünglichen Sanskrit-Vers, seine lateinischen Transliteration, die Wort-für-Wort-Sanskrit-Englisch-Entsprechungen, die Übersetzung und eine Erklärung. Auf diese Weise wird das Buch sehr authentisch und wissenschaftlich und die Bedeutung evident. Ich war daher nicht sehr glücklich, als ich mein Originalmanuskript kürzen musste. Doch später, als die Nachfrage nach der Bhagavad-Gita, wie sie ist, beträchtlich stieg, wurde ich von vielen Gelehrten und Gottgeweihten gebeten, das Buch in seiner ursprünglichen Form zu veröffentlichen. Mit der vorliegenden Ausgabe wird daher der Versuch unternommen, das Originalmanuskript dieses bedeutenden Buches mit vollständiger Parampara-Erklärung zu präsentieren, um so die Bewegung für Krishna-Bewusstsein fundierter und erfolgreicher zu verbreiten. Unsere Bewegung für Krishna-Bewusstsein ist unverfälscht, geschichtlich autorisiert, natürlich und transzendental, da sie auf der Bhagavad-Gita, wie sie ist, gründet. Sie wird allmählich zur populärsten Bewegung in der Welt, besonders bei der jüngeren Generation. Immer mehr wird sie jedoch auch für die ältere Generation interessant. So sehr, dass viele Väter und Großväter meiner Schüler uns fördern, indem sie bei unserer Gesellschaft, der Internationalen Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein, Mitglieder auf Lebenszeit werden. In Los Angeles pflegten mich viele Väter und Mütter zu besuchen, um mir ihre Dankbarkeit dafür auszudrücken, dass ich die Bewegung für Krishna-Bewusstsein überall auf der Welt leite. Einige von ihnen sagten, es sei ein großes Glück für die Amerikaner, dass ich die Bewegung für Krishna-Bewusstsein in Amerika gegründet hätte. In Wirklichkeit aber ist der ursprüngliche Vater dieser Bewegung Shri Krishna selbst, da sie vor sehr langer Zeit gegründet wurde Wenn ich in diesem Zusammenhang irgendeinen Verdienst habe, so kommt er mir nicht persönlich zu, sondern gebührt meinen ewigen geistigen Meister, seiner göttlichen Gnade, Wenn mir dennoch in dieser Angelegenheit irgendeine Anerkennung zukommt, dann nur, weil ich versucht habe, die Bhagavad-Gita, wie sie ist, ohne Verfälschung zu präsentieren. Bevor ich die Bhagavad-Gita, wie sie ist, publizierte, wurden fast alle ähnlichen Ausgaben der Bhagavad-Gita nur mit dem Ziel veröffentlicht, den persönlichen Ehrgeiz des jeweiligen Verfassers zu befriedigen. Mit der Herausgabe der Bhagavad-Gita, wie sie ist, wollen wir lediglich allen Menschen die Botschaft des höchsten persönlichen Gottes, Krishna, übermitteln. Unsere Aufgabe ist es, den Willen Krishnas zu verkünden und nicht den irgendeines weltlichen Spekulanten, wie zum Beispiel den eines Politikers, Philosophen oder Wissenschaftlers. Denn diese Menschen besitzen trotz all ihres angesammelten Wissens nur sehr wenig Wissen von Krishna. Wenn Krishna sagt Denke stetig an mich und werde mein Geweihte. Verehre mich und bringe mir deine Ehrerbietung dar. So behaupten wir nicht, wie die sogenannten Gelehrten, dass Krishna und sein Selbst voneinander verschieden seien. Krishna ist absolut und es besteht kein Unterschied zwischen Krishnas Namen, Krishnas Gestalt, Krishnas Eigenschaften, Krishnas Spielen und so weiter. Für einen Menschen, der kein Geweihter Krishnas ist und sich nicht im Parampara-System, Nachfolger der geistigen Meister befindet, ist diese absolute Position Krishnas sehr schwer zu verstehen. Wenn die sogenannten Gelehrten, Politiker, Philosophen und Swamis, die kein vollkommenes Wissen von Krishna besitzen, Kommentare zur Bhagavad-Gita schreiben, versuchen sie im Allgemeinen Krishna zu verbannen oder ihn zu töten. Solche nicht autorisierten Kommentare zur Bhagavad-Gita sind als Mayavadi, Vashya bekannt und Sri Krishna Chaitanya hat uns vor solchen Kommentaren gewarnt. Sri Chaitanya sagte unmissverständlich, dass jeder, der versuche die Bhagavad-Gita vom Standpunkt der Mayavadis her zu verstehen, eine große Dummheit begehe. Als Folge dieser Dummheit werde der fehlgeleitete Schüler der Bhagavad-Gita vom Pfad seiner spirituellen Verwirklichung mit Sicherheit abkommen und deshalb nicht fähig sein, nach Hause zu Gott zurückzukehren. Die Bhagavad-Gita, wie sie ist, wird nur aus einem einzigen Grund veröffentlicht. Sie soll die bedingte Seele zu dem gleichen Ziel führen und dessen Verkündung, Willen, Krishna, einmal an einem Tag Brahmas, das heißt, alle 8 Milliarden 640 Millionen Jahre auf diesem Planeten erscheint. Auf dieses Ziel wird in der Bhagavad-Gita hingewiesen und deshalb müssen wir es akzeptieren. Andernfalls ist es nicht möglich, die Bhagavad-Gita oder ihren Sprecher Sri Krishna zu verstehen. Sri Krishna sprach die Bhagavad-Gita von Millionen und Abermillionen von Jahren zum Sonnengott. Wir müssen diese Tatsache akzeptieren, denn nur so können wir die historische Bedeutung der Bhagavad-Gita direkt von der Autorität Sri Krishna ohne Missinterpretation verstehen. Es ist das größte Vergehen, die Bhagavad-Gita zu interpretieren, ohne den Willen Krishnas zu beachten. Um sich vor diesem Vergehen zu bewahren, muss man, wie Arjuna, Sri Krishnas erster Schüler, den Herrn als den höchsten persönlichen Gott verstehen. Ein solches Verständnis von der Bhagavad-Gita ist von wirklichem Nutzen und der autorisierte Weg zum Wohl der menschlichen Gesellschaft, die er auf diese Weise den Sinn des menschlichen Lebens erfüllen kann. Die Bewegung für Krishna-Bewusstsein ist für die menschliche Gesellschaft von größter Wichtigkeit, denn sie bietet die Möglichkeit, die höchste Vollkommenheit des Lebens zu erreichen. Auf welche Weise wird in der Bhagavad-Gita ausführlich erklärt. Unglücklicherweise haben weltliche Streithähne die Bhagavad-Gita benutzt, um ihre dämonischen Auffassungen zu propagieren und die Menschen in die Irre zu führen und somit darin zu hindern, die einfachsten Prinzipien des Lebens zu verstehen. Jeder sollte wissen, wie groß Gott, Krishna, ist und jeder sollte die wirkliche Position der Lebewesen erkennen. Jeder sollte sich darüber bewusst werden, dass das Lebewesen auf ewige Zeiten Diener ist und dass es, solange es nicht Krishna dient, gezwungen ist, der Illusion in den verschiedenen Spielarten der drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur zu dienen und deshalb unaufhörlich den Kreislauf von Geburt und Tod durchwandern muss. Sogar der sogenannte befreite Mayavadi-Spekulant ist diesem Vorgang unterworfen. Dieses Wissen stellt eine große Wissenschaft dar und jedes einzelne Lebewesen sollte sie in seinem eigenen Interesse aufmerksam studieren. Die Menschen sind im Allgemeinen, besonders in diesem Zeitalter des Kali, von der äußeren Energie bezaubert und glauben fälschlich, sie könnten durch Fortschritt in materiellen Bequemlichkeiten glücklich werden. Sie wissen nicht, dass die materielle äußere Natur sehr stark ist, denn sie sind von den strengen Gesetzen der materiellen Natur gefesselt. Das Lebewesen ist glücklicherweise ein Bestandteil des Höchsten und daher ist es seine natürliche Funktion, dem Herrn zu dienen. Unter dem Zauber der Illusion jedoch versucht man glücklich zu sein, indem man auf verschiedene Weise seiner eigenen Sinnesbefriedigung dient. Doch auf diese Weise kann man niemals glücklich werden. Statt seine materiellen Sinne zu befriedigen, sollte man die Sinne des Herrn zufriedenstellen. Darin liegt die höchste Vollkommenheit des Lebens und der Herr wünscht und verlangt dies von uns. Diese wichtige Unterweisung der Bhagavad-Gita sollte man verstehen. Unsere Bewegung für Krishna-Bewusstsein lehrt die gesamte Welt diesen wesentlichen Punkt. Und da wir die Aussage der Bhagavad-Gita nicht verändern, sollte jeder, der ernsthaft darin interessiert ist, Nutzen aus dem Studium der Bhagavad-Gita zu ziehen, die Hilfe der Bewegung für Krishna-Bewusstsein in Anspruch nehmen, um unter der direkten Führung des Herrn ein praktisches Verständnis von der Bhagavad-Gita zu bekommen. Wir hoffen daher, dass die Menschen den größten Nutzen gewinnen, wenn sie die Bhagavad-Gita, wie sie ist, studieren. Und selbst wenn nur ein einziger Mensch ein reiner Gott geweihter wird, werden wir unsere Bemühungen als Erfolg betrachten. 12. Mai 1971, Sydney, Australien. AC Bhaktivedanta, Swami.